Hallo ihr lieben Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Planets. Ich bin auf dem Weg zur Quarry, weil ich noch Sand brauche. Ich finde euch auch lieb. Was? Ich finde euch auch lieb, habe ich gesagt. Ah, okay. Ja, hallo. So, jetzt brauche ich noch Kobalt und Edite. Nice. Alter, die Quarry sind immer noch nicht fertig, wie lange braucht denn die? Gut, wir nehmen die ganze Zeit am Stück fast auf. Alter! Ich komme in die Nähe von der Quarry und ich habe einfach nur noch 12 FPS, Mann, durch die ganzen scheiß Cobblestones. Oh, Junge, es leckt wie sau. Alter, ich kann hier nichts machen, aber ich muss hier kurz hin, um zu gucken, ob hier noch irgendwo Sand drin ist. So. 63 Sand reicht mir. So, jetzt geh ich schnell weg. Alter. Alter. Ich bin kaum aus den Chunks von der Quarry raus, gleich wieder 30 FPS. Instant. Alter. Junge. Ist halt schon krass. So, ich geh jetzt mal in Nether und schau doch nach Edite und Anzid. Ne, nach Edite und Kobalt. Nach Edite und Anzid auf jeden Fall. Ja schon. Ja, in der Seite bestimmt. Genau. Das sind zwei Erdte, die sind einfach... Da ist ein Skorpion, vor dem ich Todesangst habe, wenn ich ihn nicht jetzt schon töte. Weil die mich immer so erschrecken und deswegen hab ich ihn jetzt getötet. Oh, was hab ich jetzt geholt? Sand. Für Silicon. Gut, jetzt mal... Ist es rausgezogen? Nein, das ist gut. Da ist ein Dite. Das kann da rein... Ich glaube... Ne, das ist nicht. Scheiße, das ist keine Dite. Das hier. Oh, wo kann ich jetzt erstmal richtig richtig viele machen? Ähm... Wait... Ähm... Ähm... Äh... Hier... Dice Dite. Dürfen wir nicht nach... Ingo Kisten hat da eine Kiste? Ich glaube, es wird reichen, ne? So, wie war das Crafting Rezept? Ich glaube, so, so, so und so. Danke! So, und ich hoffe jetzt einfach, dass es so richtig ist. Ash-Block! Ähm, auf einem Ash-Block wird man doch bestimmt angefeuert, oder? Was? Wenn man auf einem Ash-Block läuft... Ne, auf dem Ash-Block ist es scheißegal, zum Glück. Asche ist Asche, das bringt mich. Ja, aber Asche ist... Es kann noch heiß sein, weißt du? Asche kann noch heiß sein, und dann... Hä? Was ist das? Storage Cell. Ist gut. Hä? Keine Ahnung. Aber das ist richtig, hä? Alter, das ist arschteuer! Ähm, ich weiß, dass man auf diesen anderen Blöcken... Ähm... Gut, was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Da dreht man aber an. Ähm... Ich bin mir echt sicher, dass man auf den Anfang kommt. Was in der Zwischenzeit? Weil ich, ich habe ein neues Erz gefunden. Alter, ich bin in so eine hässliche Blume. Ich hab's... Ach, das ist kein Erz, das ist dieser Gras-Block. Auf dem ich die ganze Zeit drüber gesprungen bin. Die ist ja nicht so, dass ich den durchgehend sehe. Und dann auf einmal kommt das so vereinzelt voll so ein neuer Erz. Ja, GG finden. Ich hasse das. Das kann man nochmal einzeln reinwerfen, aber das geht irgendwie nicht. In dem Modpack hier. So. So. Dann. Zack. Dann machen wir dasselbe nochmal. So. So. Wenn ich hier mal ein paar mehr hab. Ja, man brennt wirklich an, wenn man auf die draufwirft. Ja, ja, das kann sein. Du brennst öfters bei irgendwelchen Sachen, wenn du irgendwo drauf brennst. Ja, ja. Und ich dachte mir das schon, weil ich konnte, weil ich kannte diese Blöcke irgendwie. Alles will ich jetzt aber auch nicht durchschmeißen. Hier, da noch. So viel ungefähr, das Zeich. Ähm. Du hast alles durchgeschmolzen, das ist sehr gut. Äh, wait. Das ist, glaub ich, da vorne irgendwo drin da. Genau. Copper und da bekommen wir immer noch ein bisschen Gold nebenbei. Ach ne, ich brauch ja nur Kobalt, stimmt. Ich brauch ja Erdite gar nicht. Mach's auch aus Kobalt. Ja, ja. Ne? Ist schon nicht schlecht, wenn du das dabei hast. So, was mach ich jetzt in der Zwischenzeit? Ähm. Ich charge einfach nur ein paar von den Dingern. Ah, genau. Ich kann was anderes nämlich gucken. Ähm. So, und das Ding heißt irgendwie Croft Cellular. Das ist irgendwie so voll komisch. Jetzt hab ich schon wieder Ketzlar drin. Ich wollt ihn jetzt grad über die Lava bauen und dann hör ich so ein Ghast. Guck, das ist schon mal falsch. So. Ich weiss nicht wie das Ding heißt. I. 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 X. A. Hä? Wann? Wie heißt das Ding? ja weiß was apple genau das machst du gut schau mal schleich wieder hier sind überhaupt in der version gibt es gar nicht aber ich will das hier machen hier gibt es doch ich hab mich zu scheiß im grove beschreiben alter kein bunter ach das ist der grove ja so wie es halt ausgesprochen keine ahnung wie es ausgesprochen wird es ist gar nicht mehr so teuer das teil sehr geil warte mal kann man den nicht nice dann crafte ich den direkt hier habe ich nämlich auch noch zwei ja dann crafte ich ihn wirklich direkt sehr geil und davon habe ich noch eins sorry ich musste gerade nur inventieren was die die ganze zeit macht und mich damit abfuckt hey als ob ich das mache hey das habe ich niemals gemacht man alter easy erschossen mit der eigenen waffe ach so du meinst ich habe eine gastrinne bekommen ach du hast gar nicht mich gemeint gehabt mit dem ach so ne ne wo ist jetzt da da ist das glas ich sehe es halt nicht so viel wo sie nur anklicken ähm so dann mache ich direkt dieses teil hier ah das macht mein shift klick ah nice und achievement yay understatement das war äh ist da noch was drin ja äh das muss weg hier verpiss dich ähm das brauche ich erstmal nicht das auch nicht das auch nicht das auch nicht das auch nicht das passt da nicht rein dann bauen wir da noch raus das 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 nicht das eigentlich auch nicht das 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 so dann habe ich so ziemlich das was ich wieder brauche das kann auch noch raus so dann habe ich nämlich hier den growth accelerator oder wie auch immer das Ding ausgesprochen wird habe ich hier noch ich habe noch ein ME Kabel klatschen wir hier dran warte ah das geht ich ich verarsche ich bin wieder zurück so wenn ich jetzt hier ein Wasser hin mache ähm ich brauche äh hast du einen Wassereimer ein Wassereimer ja unten ist Wasser ja ne ein Wassereimer komm mal ganz kurz hoch und setz da ein Wasser rein ja ein Wassereimer ja geh mal ganz kurz hoch und setz da bitte ein Wassereimer kann ich da jetzt ne wie geht denn das puh gut in das eine Loch was da ist also du hast den getroffen mit Sand okay was ich habe nie getroffen toll jetzt habe ich den ganzen scheiß Sand aber was denn in der Hand äh hier cool jetzt brauche ich aber erstmal wieder Sand um das Zeug zu machen ist irgendwo in der Nähe Sand ja Sand ist ja jetzt nicht so weit weg ja ja da gut ich brauche nicht viel deswegen baue ich das grad hier ab ähm so so ähm ich glaube vier Stück reichen es macht jetzt hier grad durch ja wir reichen auf jeden Fall ach ne ich brauche viel viel mehr davon egal die kann ich mir später auch noch machen wir haben jetzt nämlich äh so einen Growth Accelerator und mit dem äh wachsen diese ähm ähm Zertus Quarz die reinen Zertus Quarz äh äh Kristalle schneller so jetzt habe ich nämlich acht Stück davon das ist gut ach ja klar hallo und die schmeiße ich jetzt alle da rein und die dürften jetzt recht schnell wachsen innerhalb von so keine Ahnung fünf Minuten oder so dürften die ziemlich groß werden das ist cool hab ich wieder acht? ja hab ich okay gut wollte ich nur nachgucken ähm ich hoffe mal der muss nicht da drin stehen weil sonst ich hoffe das geht so jetzt habe ich mir nicht ganz sicher so hauen wir da noch neun rein der macht das hier durch cool der ist gleich fertig kann ich gleich was neues nachfüllen ähm ähm Alter was war das? ich weiß es nicht das war bei dir ich glaub es war bei mir so ich geh mal kurz pennen Finn gehst du kurz offline? aber da war eigentlich nichts was hätte ein Geräusch machen können so ich bei mir auch nicht das ist halt irgendwie strange aber es kam von mir okay keine ahnung egal die redstone pflanze ist ähm ist fertig gewachsen cool jetzt habe ich ein redstone äh essence essence of redstone nice heißt ob das immer noch nicht fertig ist ach so ich alter Finn 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 du was mit dir was nicht fertig ist alter die Kisse ist fast voll krass oh cool so so man kann bestimmt auch sowas dort rein machen alter Finn oh ach weißt was ja wir haben so viel Copper ne ich crafte das jetzt in Blöcke zusammen das sind über 64 Blöcke alter so krass viel Copper so krass viel Copper alter 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 übertreiben ich muss mein Wasser irgendwo loswerden machst du denn irgendwie so ein Loch? ich hab's denn so ein Loch gemacht ja das ist ja schön so jetzt lauf ich mal nach unten und hol ein bisschen Wasser ab hey hey ich denk die Aufnahme kann noch ein bisschen gehen oder? ja ja die geht noch ein bisschen ja ja die geht noch ein bisschen ach ähm und hast du hier absichtlich Diamanten stehen gelassen oder? wo? also so mittendrin halt mal beim Erb zerbauen äh vielleicht war es auch ich ne nicht dass ich wüsste da ist denn ganz hinten ne ist und die hervorkommen noch so ein angefangenes nein ja ne das war wohl ausgesehen dann ich glaub die wachsen nicht also es es kann auch gut sein dass ich es war ach man die wachsen so nicht aber ich hab keine wait da ist ja anders das ist hier weg ich lasche den hier hin dann kann ich nämlich den hier eins runter setzen so so äh so und dann kann ich nämlich so eins noch dran quetschen und jetzt brauche ich noch so ein Kabel das habe ich sogar dabei so dann dürfte das alles funktionieren stimmt's äh ey die Lava macht Licht in meine Hand hat der Strom ich hoffs mal so und die müssen jetzt eigentlich wachsen bitte wachs oh der blinkt ich glaub der hat Strom ähm ich glaub ich mach ähm danach nen ähm enchanting plus table oh das wär natürlich auch geil und dann komm wir bald verzaubern und so aber davor mach ich so ein paar Räume hier unten ähm oder? kannst du tun so äh so lass mal aus mehreren ok gut ah das ist ja jetzt bestimmt auch inzwischen fertig ich guck's rein mit dem anklicken so gut und zack zack sehr sehr gut ich hab hunger du hast hunger deswegen essig ist das ja jetzt hab ich keinen Hunger mehr achso ich dachte in echt okay äh äh der Rast komplett aus vorsichtig gönn ja egal ähm und jetzt bin ich kurz etwas arbeitslos ich komm einfach mal zu dir runter und guck was so abgeht hast du jetzt eigentlich deinen Kleaver? nee ich musste jetzt grad noch Lava holen achso war die Lava leer lol ja manuelin ist unten ich mach Kobalt runter ok ja dann komm der ist hier ich will zugucken kannst du mal aufhinter drauf springen was machst du ok das geht nicht ja so ungefähr hab ich mir das auch gedacht es ist nicht genug Kobalt drin wie viel Kobalt muss da denn noch rein? ich weiß es nicht es ist es ist schon es ist schon davor leer gegangen alter ja aber eigentlich müsste es trotzdem rausgehen manuelin ist 2 drin wollten Gold 1 nee es ist ja auch schon ein Teil Kobalt dran oder so irgendwie so ich kann es auch nicht rausnehmen ja klar weil weil sonst geht es verloren achso deswegen kann ich es nicht rausnehmen ok ja dann ist klar nee weil ich wollte es grad rausnehmen und dir das restliche Zeug in Ingils rausschmeißen äh rausschmeißen aus äh gießen ja jetzt brauchst du noch ein bisschen Kobalt haha lol gut ähm ich geh mal zu Kobalt nach oben oh nice ah ne es ist nicht das letzte fail oh Gott äh 27 oh so ganz so viel ich brauche jetzt auch noch hier die 4 noch reicht erstmal jetzt eigentlich so viel machen äh ich brauche wieder hier ich mache alles glaube ich rum ich bin der schlaufe mir so hier ist da noch drin auf 3 ja das ist momentan momentan ist nicht ganz so spannend ist ziemlich viel gecrafted und so aber bald sind wir damit auch durch ja dann craften wir noch mehr yeah oh yeah ich brauche ziemlich viel Strom momentan ich könnte genau ich könnte jetzt nebenbei auch noch ähm bisschen mehr ähm wir fahren so ein bisschen mehr wie heißt es wie heißt es Stahl herstellen genau Stahl brauchen wir auch definitiv Stahl wird richtig krass äh wertvoll mit der Zeit also wir brauchen noch richtig viel der ist auch die Dite nur nein der ist tatsächlich nur noch die Dite wo sie es alle einzeln leider reinlegen gut aber das wäre es dann auch schon mit dieser Folge gewesen wenn es euch gefallen hat dass wir einen Präsentern da danke fürs Zusehen und bis zum nächsten mal tschüss tschüss